Hello aus Hessen. Heute zeigen wir euch den Fastnachtsumzug aus Friedberg Hessen in der Innenstadt. Viel Spaß bei unserem Video. Es ist Fastnachtsdienstag und wir sind heute auf dem Friedberger Fastnachtsumzug, den ersten nach der Corona-Pandemie. Ja, und jetzt warten wir halt, dass es losgeht. Und es geht los. Fastnachtsumzug Friedberg Hessen 2023. 2022. Und jetzt den nächsten Morgen. Musik 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 zen Wir schlagen mal die Bonbons ein. Es fliegt so ziemlich alles, von Eis bis Schokolade über Bonbons. Alles fliegt von den Wagen. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Schiener Lisa, meine Liebe, ich bekomm nicht genug, Doch die kommen noch mal raus, und dann spielen, wie das sonst keiner tut. Komm, zeig dir, wie du sie bewegst. Komm, zeig dir, wie du sie bewegst. Komm, zeig dir, wie du sie bewegst. Alle Hände hoch, keiner weiß so hoch. Komm, zeig dir, wie du sie bewegst. Komm, zeig dir, wie du sie bewegst. Doch ich bin so voll, ich stelle nicht meine Beine nicht spät. Egal, dann gibt's das letzte Bier, eben nicht steh'n. U, A, morgen wieder Aua im Kopf. Aua, Aua, Aua im Kopf. Morgen sind wir schlauer, doch man fühlt sich spät, denn kann man und der Kopf schon wieder hören. Aua, morgen wieder Aua im Kopf. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des WDR Untertitelung im Auftrag des WDR 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 WDR